Das ist unmöglich. Ich will nur, dass wir keine ungewollte Aufmerksamkeit erregen. Du meinst diese Aufmerksamkeit, wenn du mit Superman in einem Strahlanzug um die Welt fliegst? Natalie. Ich bin nicht derselbe Kerl. Ich bin nicht mehr auf! Dem Krieg gibt es Opfer. Wir sind aber nicht im Krieg. Noch nicht. Aber was wirst du bald sagen? Du bist nicht mehr los. Was hast du vor, Oka? Das ist ein nationales Sicherheitsproblem. Nein, das ist ein Familienproblem. Herr D. Komm in an, Lois, der steht der zweiten Staffel ab dem 1. November. Als die TV-Premiere auf Siegst. An die Thema on Demand. Oder kostenlos auf Droid. Nein! Weißt du nicht? Halt dich auf! Das war anders!